Oh mein Gott Leute, heute in diesem Video kann ich Evil Gene vor allen anderen zocken. Das ist der geilste Skin in ganz Brawl Stars. Der Helium Boxer feiert seinen ersten Geburtstag. Zur Feier des Tages kommt am 1.06.2020 um 15.15 Uhr die neue Geburtstagsbox raus. Erhältlich auf www.scheißboxer.shop Limitiert auf 5000 Stück. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Puki, schön, dass du da dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Brawl Stars! Was geht ab, Leute? Oh mein Gott, ihr seht schon, ich habe hier den neuen Skin am Start. Evil Gene, der aktuell noch nicht draußen ist. Und er sieht einfach also ultimativ unfassbar krass aus. Dieser Bart da vorne, diese Augenbrauen hier oben, diese Lampe. Einfach generell mega, mega krasser Skin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir gucken uns nochmal seine Animation an, wie der da so... Ach du Kari, guckt euch das an, wie krass sieht das denn aus? Oh mein Gott. Er heißt in Deutsch, ja, Böser Gene, war zu vermuten. Und Leute, dieser Skin wird auf jeden Fall Gems kosten. Den gibt es leider nicht gratis. Das wäre natürlich schön. Aber generell, erstmal vorab, wenn ihr euch irgendeinen Skin holen wollt, jetzt in Zukunft oder irgendwas, einen Brawl Pass oder was auch immer, macht das gerne mal mit Creator Code Puki und unterstützt mich kostenlos. Kostet euch im Prinzip nichts mehr. Ihr zahlt den genau gleichen Preis, aber unterstützt mich, beziehungsweise halt den YouTuber, den ihr dann da einträgt im Shop. Ja, und deswegen macht das auf jeden Fall mal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Leute, ganz, ganz kurze Erinnerung. Und zwar könnt ihr ab jetzt die Scheiß-Boxer-Box bestellen auf www.scheißboxer.shop. Leute, ihr kennt die Inhalte vermutlich eh schon. Nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Ihr habt hier ein T-Shirt drin. Also es sind richtig viele und richtig krasse Sachen drin. Das Helium-Boxer-T-Shirt. Der Boxer ist ja ein Jahr alt geworden jetzt. Vor drei Tagen. Und dann haben wir noch ein Mikrofaser-Handtuch drin. Ein riesengroßes Handtuch. Mega nice. Eine handsignierte Autogrammkarte von MarvinVlogged und mir. Ein Sticker-Set. Neun Sticker insgesamt. Ein Luftballon. Und ein Poster eines von drei. Also mega, mega krasse Sache, Leute. Gönnt euch auf jeden Fall diese Box, solange sie noch verfügbar ist. Und Leute, noch eine richtig coole Aktion. Aktuell läuft noch ein iPhone 11 Pro Max Gewinnspiel inklusive 500 Euro Gutschein für iTunes oder Google Play. Um gleich ein Opening zu machen. Ja, und das wird sozusagen verlost unter allen, die sich die Box kaufen. Egal wann. Egal ob am ersten Tag. Egal ob morgen, übermorgen, überübermorgen. Teilnahmeschluss ist der 30.06. Das heißt, wer sich bis dahin eine Box bestellt. Wahrscheinlich wird sie bis dahin eh ausverkauft sein. Aber der kann da auf jeden Fall mitmachen. Und wird dann einfach kontaktiert, sollte er gewonnen haben. Also eine richtig coole Sache, Leute. Gönnt euch auf jeden Fall eine Box auf www.scheißboxer.com Jo, der Skin kostet 150 Juwelen. Also ist schon mal ein relativ teurer Skin. Aber dafür bekommen wir auch einiges geboten. Wir können uns den natürlich auch gleich mal in dem Game ansehen. Das ist unfassbar krass, wie hart dieser Skin abgeht. Einfach mal ultimativ geil. Also Real Talk. Ich freue mich auch so, dass ich den hier wieder zocken kann. Übrigens, das Ganze spiele ich hier gerade auf dem Developer Bild. Das heißt, logischerweise ist das Ganze noch nicht im Game verfügbar. Aber das ist einfach das, was wir von Supercell bekommen, um das euch schon vorab zu zeigen. Und ich kann euch alle möglichen Sachen vorab zeigen, sobald das eben von Supercell freigegeben wird. Das heißt, wenn ihr irgendwie diese Infos nicht verpassen wollt, zu nächsten Updates. Generell bei den nächsten Updates, neue Brawler, was auch immer. Abonniert gerne mal den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann verpasst ihr auf jeden Fall keine wichtigen Infos. So, also 150 Gems ist schon mal ein stolzer Preis, würde ich sagen. Aber ich finde auf jeden Fall, das ist vollkommen in Ordnung. Vor allem, wenn wir jetzt gleich noch sehen, was dieser Skin denn so alles drauf hat. Und dafür gehen wir einfach mal in eine Runde rein. So Leute, ab geht's in die Runde mit Evil Jean. Und guckt euch diesen Skin an. Es ist so ultimativ krass, Leute. Er läuft einfach rum. Er hat einfach Feuer auf den Händen. Blaues Feuer. Und das ist so heftig. Ich schätze mal, dass das Feuer dann bei gegnerischen Jeans rot sein wird. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Und ich finde das so faszinierend. Und guckt euch mal diese Schüsse an. Wie krass sieht das denn bitte alles aus? Oh mein Gott. Digga, das ist so ein geiler Skin. Jetzt auf 100% ernst. Das ist, also, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber meiner Meinung nach auf jeden Fall einer der besten zwei oder drei Skins, die es im ganzen Game bis jetzt gibt, Alter. Holy Shit. Leute, wann dieser Skin rauskommt, werdet ihr auf jeden Fall am Ende des Videos erfahren. Ich kann es euch natürlich schon verraten. Also, bleibt unbedingt dran. Und jetzt gönnt euch erstmal, wie ich hier die Tara zerlege. Zack. Erstmal in die Zone. Und da ist sie auch schon weg. Let's go. Oh, da liegt noch ein Cube. Oh mein Gott. Jetzt haben wir ein Problem. War das schlau? Gut, dass der Bot einfach total lost ist. So, und jetzt kommen wir ins Finale. Jetzt, Cube, gönnt euch nochmal die Ult. Gönnt euch nochmal die Ult. Das ist nämlich richtig krass. Warte mal. Ich muss meine Ult noch aufladen, wenn ich irgendwo den Gegner finde. Also, ich finde den Skin so unfassbar faszinierend. Es ist so heftig einfach, was die da rausballern. Ey, das ist unnormal krank. Leute, guckt euch auch das Video von gestern gerne mal an. Da habe ich euch den roten Drachen Jesse gezeigt. Auch auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Skin. Und heute ist der Gene dran. Also, ja, ich bin gespannt. Ich kann euch hoffentlich auch demnächst noch die anderen Skins zeigen. Es kommen ja noch einige andere Skins. Es kommen noch Summer Pam. Es kommen noch Constructor Jackie. Ich glaube, das war's. Ja, das müsste es gewesen sein. Die anderen Skins, also Evil Gene, zeige ich euch eh schon heute. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein paar Röntgen machen. Und die anderen Skins werde ich hoffentlich dann auch bald mal die Tage euch präsentieren können. So, ab geht's in die nächste Runde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, welcher Skin ist denn vergleichbar so krass wie dieser Skin? Ich finde es halt ultra krass bei Skins, immer wenn die so eine, einfach so ganz viele Änderungen haben zum normalen Brawler. Weil, guckt euch das an, der läuft hier einfach mit Feuer rum. Der hat die ganze Zeit Feuer, äh, sieht halt ultra krass aus mit diesem Cape auch. Also, voll, voll geil, wie sich der, äh, verändert hat mit diesem Skin. Und das feiere ich bei Skins einfach generell. Äh, auch wenn die Schussanimation mal neuer ist oder die Ultanimation. Und das ist hier gegeben. Natürlich 150 Gems ist schon teuer. Und Free-to-Play wird das schwierig sein, sich den zu erspielen. Sind halt zwei ganze Seasons jetzt im Brawl Pass. Alle Gems immer abholen. Ist schon möglich, aber ist auf jeden Fall sau teuer. Und halt, äh, sau langwierig, wenn man sich denn wirklich so koppen möchte. So, ich weiß nicht, ob ich die Biene, ja, komm, ich triggere jetzt erstmal ihren Schuss raus. Oder so. Oder so. Dann halt nicht. Easy. Und das sollte auch auf jeden Fall der nächste Win sind. Es macht echt Bock mit diesem Skin zu spielen. Ich, ich schwör's euch, ich schwör's euch also jetzt auf Real. Das ist auf jeden Fall einer der, äh, besten drei Skins im ganzen Game. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Meint ihr, es gibt noch krassere Skins? Ich hätte jetzt höchstens noch, äh, Goldmaker Bow oder Crow oder beide im Kopf. Aber sonst, ähm, vielleicht noch Virus 8-Bit. Und, ja, der ist auf jeden Fall ganz, ganz weit oben dabei. Wir können uns ja noch mal kurz die, äh, Jesse angucken. Die roter Drache Jesse. Also, das ist auf jeden Fall der Skin. Den habe ich euch gestern schon ein bisschen genauer gezeigt. Aber, äh, was ich hier vergessen habe, ist tatsächlich das Gadget zu zünden. Und das werden wir heute auf jeden Fall mal machen. Moment, komm her, komm her, komm, zack, und let's go, und get it. Holy shit, nice. Ist es irgendwie neu? Nein, ich glaube nicht. Ist aber auch egal. So, ähm, ich wollte das nur noch, äh, austesten, weil das habe ich gestern im Video gar nicht gecheckt oder gar nicht nachgeguckt, ob da irgendwas neu ist. Aber, jetzt wissen wir es auf jeden Fall, ich glaube, das ist ganz beim Alten, oder? Hat es irgendwas getan? Wir testen es nochmal hier auf der freien Fläche. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das sah schon immer so aus, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, auf jeden Fall auch ein sehr geiler Skin. Der Skin, äh, der kommt ja schon am 9. raus. Und der, äh, Jean Skin, der kommt tatsächlich, bababababam, haltet euch fest, am 10. raus. Also am 10. Juni könnt ihr den, äh, Evil Jean Skin kaufen. Leute, äh, macht es auf jeden Fall gerne mal mit Creator Code Pookie und supportet mich einfach mal kostenlos. Ich finde, das Skin sieht so heftig aus. Den muss man eigentlich schon haben. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall holen. Vielleicht bekommen wir tatsächlich auch mal wieder gratis. Das war auch eine coole Sache. So, Leute, ich habe mir jetzt noch, äh, die drei Jungs, äh, dazu geschnappt. Und zwar den Lukas, den Clash Games und den Jonas. Das geht, Jungs? Servo. Moin, Meister. Ja, äh, und wir werden jetzt nochmal Evil Jean in einer, äh, Runde zu viert spielen. Und, äh, Alter, der Skin sieht so heftig aus auf jeden Fall. Äh, ich komme mal eben rein in die Lobby. Und dann können wir auch schon direkt, äh, starten. Let's go. Oh mein Gott, da sind wir auch schon in der Runde. Und gebt euch einfach mal, wie heftig dieser Skin aussieht. Der brennt einfach die ganze Zeit. Wie krank sieht das aus? Jetzt mal auf, auf free. Guckt euch das an. Bei mir ist das Feuerblau, bei den, äh, gegnerischen Jeans ist das Feuerrot. Guckt euch allein diesen Schuss an. Alter, dieser Skin ist so unnormal heftig. Also meiner Meinung nach mindestens Top 3 von allen Skins, die es, äh, gibt. Also, wenn nicht sogar Platz 2 oder 1. Also, ohne Scheiß, so eine Animation, das macht halt so viel aus. Und das sieht halt einfach so schön aus. Es, ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht beschreiben, wie krass das ist, Leute. Du kannst das nicht in Worte fassen. Ja, ich kann es nicht in Worte fassen. Ne, wirklich, es ist absolut geil. Es war einfach so, grad dieser flashy Moment, wo ich mir dachte, so, what the fuck, Alter. Butter, warum hat du gemacht so, warum? Ja, Kevin, ich muss dich halt töten. So, ich zeige euch gleich nochmal die Ulti explizit, wie die aussieht. Gehört euch, äh, kannst du euch die B ranziehen? Ja, mach doch. Kann ich eigentlich mal machen, let's go. Haha, Junge, du Lappen. Das, äh, ist dann natürlich mies gelaufen, aber zwei Cubes nochmal. Also, holy shit, dieser Skin, ich werde mir auf jeden Fall holen, egal wie viel der kostet. Vielleicht kriegen wir den ja wieder, äh, umsonst, das wäre auch ganz nice. Äh, wenn ich den jetzt so gerade sehe in-game, ähm, dann würde ich fast sogar sagen, der könnte auch 300 kosten, ne? Ja, also vermutet hätte ich jetzt 150, aber mit dieser Animation noch, das macht halt schon einiges her, ne? Das ist halt schon ultra krass. So, okay, da unten ist Lukas mit Gene und mit Ulti-Ready, das heißt, der kann mich jederzeit pullen, aber ich habe natürlich ein Easter Egg hier noch am Start. Komm, trau dich. Trau dich, Lukas. Luxi, hallo. Lukas, Lukas. Oh, let's go, ich kann abstauen, ich kann abstauen. Ey, abstauen. Ey, beide auf mich. Nein, Digga. Let's go, oh my god, let's go. Alter, richtig, richtig krass. Ja, und jetzt gönnt euch mal die Winning-Animation, wie ihr da rumtanzt. Richtig, richtig heftig, einfach nur Leute. Äh, ja, Evil Gene, absolut geisteskranker Skin. So Leute, das war's jetzt hier mit diesem Video zu Evil Gene. Ich habe ihn euch auf jeden Fall gezeigt und konnte ihn vor allen anderen zocken. Äh, wahrscheinlich, äh, Clash Games, grüß ich ihn raus. Du hast ihn wahrscheinlich gleichzeitig mit mir dann gezockt, äh, wenn das Video rauskam. Und, ja, äh, auf jeden Fall eine coole Sache. Freut mich immer wieder, dass ich euch solchen Content bieten kann. Äh, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Jeden Tag um 15.15 Uhr. Bis dann, Leute, haut rein und ciao. Bis dann, Leute, haut rein und rein und rein und rein.